Edi Lilly ist für Hessen ein sehr besonderes und ein wichtiges Unternehmen. Es ist ein starkes Unternehmen, ein Unternehmen, was eine starke Standortrolle hat, aber Pharma und Chemie ist natürlich Hessens DNA und da spielt Edi Lilly eine ganz große Rolle. Aber insbesondere kommen auch hier Innovationen her und das macht natürlich ein Bundesland stark und deswegen habe ich heute hier Edi Lilly besucht. Wir hatten einen sehr guten Austausch mit dem Ministerpräsidenten heute und wir haben das mal stark betrunken, dass wir aus der lästlichen und planbaren politischen Rahmenbedingungen unterbauen und aus dem Anerkennung von Innovation.